Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich sein Gefrierschrank bzw. Gefrierfach richtig abtauen und enteisen kann, wenn dieses einfach schon stark vereist ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei mir ist das auf jeden Fall die höchste Zeit, denn die Hersteller empfehlen so circa ein bis zwei Mal im Jahr das Ganze abzutauen, um das spätestens zu machen, wenn die Eisschicht hier dicker als 0,5 cm ist, was es bei mir jetzt auf jeden Fall schon ist. Hierdurch sparen wir sich anschließend nicht nur Geld, da das Eisfach jetzt im Moment mehr Strom aufwenden muss durch diese dicke Eisschicht hier oben, sondern man hat anschließend auch wieder etwas mehr Platz. Zuerst nehmen wir unser Gerät einfach vom Strom und anschließend können wir das Fach bzw. den Schrank komplett leer räumen. Hierfür die gefrorenen Sachen jetzt am besten mal in eine elektrische Kühlbox geben. Im Winter kann man es natürlich auch einfach rausstellen oder im Sommer einfach die Nachbarn um Hilfe fragen, ob man seine Sachen bei ihnen kurz in das Gefrierfach geben kann. Danach entnehmen wir mal noch Gitter bzw. auch Schubladen, wenn welche vorhanden sind und diese können wir anschließend auch am besten einmal im Waschbecken waschen. Jetzt gebe ich zuerst ein ganz normales Handtuch einmal in das Gefrierfach schön hinein, dass Schmelzwasser von diesem auch aufgenommen werden kann. Danach noch eine tiefe Form, wie bei mir hier zum Beispiel ein Tablett noch hineinlegen, dass da auch später größere Eisstücke reinfallen können. Und danach gebe ich noch eine halb gefüllte Schale mit heißem Wasser, kein kochendes Wasser, hier in meinen Gefrierschrank rein. Das lasse ich jetzt so lange stehen, bis sich das Eis hier oben einmal beginnt zu lösen. Wichtig, du kannst die Tür jetzt auch ruhig noch offen lassen und du solltest auf jeden Fall einen Föhn oder etwas ähnliches vermeiden, um diesen Vorgang zu beschleunigen, denn das wird von den Herstellern so angegeben. Bei mir schmilzt das Eis hier jetzt schon überall langsam. Jetzt nehme ich mal noch einen Gummischaber zur Hand. Wichtig, auf gar keinen Fall irgendwelche spitzen Gegenstände. Und mit diesen kann ich jetzt einmal hier oben zwischen Eis und auch zwischen dem Eisschrank schön hineingehen und diese Eisplatten langsam aber sicher lösen. Die großen Eisstücke sind entfernt, diese gebe ich jetzt einfach mal noch in meine Schüssel hier hinein und dann nehme anschließend das alles wieder und gebe es einfach in meine Spüle. Wenn wir das haben, kann ich mit dem Handtuch hier innen drin noch die restlichen Eisstücke, beziehungsweise schon das geschmolzene Wasser auch entfernen und ich mache mir ein Gefrierflach mit einem einfachen Schwamm und warmen Wasser einmal komplett sauber. Jetzt alles noch schön trocken wischen, dass die Feuchtigkeit danach nicht gleich wieder gefriert und dann können wir einmal unser Gitter schon wieder hier hineinsetzen, beziehungsweise unsere Schubladen. Wenn auch das geschehen ist, unsere ganzen gefrorenen Sachen, beziehungsweise Lebensmittel wieder hier einräumen, die Türe können wir somit auch wieder schließen und unser Gefrierfach an den Strom anschließen. Damit in Zukunft so wenig Eisbeling wie nur möglich hier drin stattfindet, solltest du unbedingt darauf achten, dass du das Gefrierfach immer noch ganz kurz aufmachst, den benötigen Gegenstand rausnimmst und sofort wieder schließt. Dadurch gelangt nämlich so wenig warme Luft von hier außen wie nur nötig in das Gefrierfach rein. Die warme Luft würde hier drinnen nämlich sofort an den kältesten Stellen, also an den ganzen Flächen außen, unten und oben, kondensieren. Dort würde die Feuchtigkeit dann gefrieren und somit entstehen diese dicken Eisplatten, die wir auf jeden Fall vermeiden möchten. Und somit haben wir unser Gefrierfach, beziehungsweise Gefrierschrank auch schon richtig enteist. Wenn du dir für zu Hause jetzt so eine elektrische Kühlbox, eine Kühltasche oder auch solche Kühlakkus hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellung zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäft hier verfahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.